Jetzt sind wir die rechte Flanke, vor allem Keil. Ja, ist okay. Gut, jetzt schön beobachten. Ah, ich hab ja kein Thermal. Ach genau. Wir setzen den Marker bitte auf. Wir rücken Richtung Marker vor. Oh, das ist tatsächlich Visacash da. Ja. Ich weiß, wo der liegt. Kronos, bleib mal nicht nach oben gehen jetzt. Warum nicht? Am besten ist, wir gehen von hinten da ran. Ja? Okay, dann füßen. Was heißt von hinten? Ich muss nur auf die Karte gucken, damit ich Bescheid weiß. Über Squad 6. Hütte nach. Habt ihr gehört? Wir gehen über Norden ran. Jo. Okay, Kronos, wegen vor. Feier Team 2 folgt uns jetzt. Ist er durch? Ja. Ach klar, Feuer ist los. Hier komm ich aber auch noch nach. Ne, komm. Brücke. Moment, Moment. Kronos, nicht zu bestürzen. Nicht zu hast dich. Feier Team 2. Könnt ihr uns decken von hier aus? Oh, ich geh in Position. Ich halte den Rücken, Samuris. Ich halte den Rücken, Samuris. Ah, der APC wechselt gerade Position. Ihr habt gerade keine Deckung durch ganz. Okay, wir bleiben hier raus. Zurück. Ganzes Quad zurück. Zu mir. Samuris, komm wieder her. Du bist da sehr exponiert. Samuris, schwank. Wir warten auf den APC. Auf die kann man sich nie verlassen. Gegner sicher. Süden, MG-Verstärkung. Die Kronos gleich killgeiler hin rennen. Ich bin killgeiler. Ich bin killgeiler. Ich bin killgeiler. Ich merk's. Der APC, was habt ihr vor? Kommt ihr zu uns? Der APG-Schütze. Der APG-Schütze ist tot. Sehr schön. Alles klar, ich hab den. Da kommt noch einer. Samuris, 165. Läuft jetzt über die Dünen. Von der Anker aus. Oh, ich glaub der ist tot. Ich denke auch, der hat genug. Kann's wieder... Abziehen, ich verliebe nötig. Wir brauchen jetzt den APG-Schütze ein bisschen näher bei uns hier. Wenn's geht. Moped? Ja, APG-Schütze, wenn ihr euch hinter die... Genau. Moped kommt auf uns zu. Müsst du mir? Müsst du mir? 165 läuft einer Samurie. Sehr schön, gib ihm. Moped. Hier, Moped, Moped. Ne, lebt noch, lebt noch. Weiter mit Hai gegen die Wand. Jetzt hast du'n. Waren APG-Schütze. Du hattest das Spiel auch grad bei euch ab? Oder ist das nur bei mir? Das ist nur bei dir, Kronos. Okay, ich mach erst Mann. Wir sind jetzt ein Fireteam. Wir stellen oben in ein Fireteam. Ich mach erst Mann. Wir bewegen uns jetzt weiter Richtung Marker. Neue Magazine rein. Kontakt. 30 plus 2 am Tor. Ja. Sehr schön. Gut gesehen. Fireteam. Wir gehen los. Machst du einen zweiten Samurie? Machst du den letzten? Ich hatte mal, wurde jetzt kein Wort geändert oder was? Okay. APC, wir gehen über die Straße. Ja, richtig. Ist das eigene da oben? 15 auf dem Haus? Ja, Sami. Okay, wir versuchen so gut wie möglich hier die Gräben auszunutzen. Alter, ist aber nur einer von uns auf dem Haus. Ja, ja. Wir liegen am meisten Auto oben östlich. Ich bin schon auf der Straße hier, wenn du rechts um die Ecke guckst. Ja, der ist weg. Im Osten ist ein Gegner oder was? Ja, hier rechts um die Ecke. Am meisten Auto war der gerade. Auf dem Dach. 120. Aha. Ich glaube, er ist da und Samurie, oder? Keine Ahnung. Nein, das ist ein Erppich auf dem Dach. Leg dich mal hier hin. Samurie, leg dich mal hier an die Ecke, wenns geht. Zu mir. Samurie bleibt hier, Marvin und ich zum Cache. Ist doch da der Cache, oder? Vermutlich schon. Vermutlich schon. Scheiße, jetzt haben wir keine Haken. Ich glaube, wir kommen da gar nicht rauf. Marvin, bist du fertig? Wir rennen jetzt da rüber. Ich bin direkt hinter dir. Fertig, Marsch, Marsch. Es sind immer sehr viele Gegner auf Nord-Nord-Ost auf dem Kern-Nord-Heinort. Motorrad, Nord-Ost. Wie liegt die RPG? War auf dem Dach, ganz oben. Ähm, ja. Das riecht gut. Meinst du, der Cache ist auf dem Dach, oder was? Lass erstmal hier im Nord-Westen auf dem Ding gucken. Da liegt er auch manchmal. Nein? Okay, gehen wir aufs Dach. Ja, also Vorsicht, ich geh jetzt hoch. Oh, ich glaube, es kommt gleich einer in den Kopf. Nee. Liegt der Cache oben? Ja. Ich hab nen Haken gesehen. Da ist nen Haken. Friendly, Friendly. Friendly Haken. Friendly Haken. Friendly Haken. Ja, ist nen Friendly Haken. Infanterie, Nord-Ost. Straße runter. Cache wird geflared. Hast du auch geflared reingeworfen? Nee, aber die anderen. Zurück zu Samuri und dann in der APC. Verstanden. Das ist normal, dass sie gut zu verteidigen in der Cache, da haben sie echt gepennt hier. Nee, wir waren einfach verdammt gut, man. Ja. Samuri, kanns gehen. Samuri, geh. Ich will aber nicht gehen. Oh mein Gott. Wir müssen uns hier 3,60 Grad decken. Ja, Junge, ich hab keine Lamina mehr. Könnt ihr uns entgekommen? Nee, ne? Nee, bleibt da stehen. Ist okay, bleibt da stehen. Okay, das kann ich mir vorstellen, dass es da echt unangenehm ist. Geht. Also ich hab da an unangenehmeren Stellen gestanden. Oh, hast du aber schon in der Bronze und in Kandahal. Aha. Ja, aber hier ist zumindest die Anfahrtswege für Bombkassen und so, sind relativ gering. Da hat das gerade eins explodiert. Okay, aufsitzen. Vollzählig, Marsch. APC Marsch. Jungs, das war mal wieder schwulmäßig. Das war schön, ja. Doch, so bin ich. Sehr gut. Doch, wenn ihr jetzt nicht noch eine Mine findet. Tja. Bitte lasst das. Da vorne könnte ein Liegen. Wegen diesem scheiß Server. Der mich immer wieder zurückgeswitcht hat. Die zählen alle wieder. Nein. Was ist los? Was ist los? Wir müssen uns aber Bescheid geben, weil es ist ein bisschen komisches Gefühl, wenn man so hinten drin sitzt. Ja, ja, halt mal kurz atmen. Da ist was. Da ist ja nur ein Gary, meine Güte ist ganz. Die sind so und einfach nicht mit uns teilen. Ja. 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 Da sind die Häusen. Krankenhäuser. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Absitzen. Sofort breit werden und ans Krankenhaus ran. Samu, du bleibst irgendwo hinten liegen. Marvin und ich, wir gehen weiter Ich muss den Abrams ein bisschen anders fahren, damit ich zur Seite gucken kann Bradley? Bradley, ja Marvin, ich geh vor, wenn ich down gehe Warte, wäre hier unfassbar Schlecht mit dem Wiederbeleben Da ist er! Bastian? Nein Ich bin in der schlechten Pose jetzt, wir müssen irgendwie anders rangehen Weil der wirkt jetzt auf die Tür ziehen Wenn ich da durchgehe, wir haben keine Ahnung Gibt's hier noch einen anderen Eingang, Marvin? Unterirdisch, aber deswegen nutzt nichts daran, wir können rechts rum gehen Dann gehen wir rechts rum Ja, da kommen Freunde von Westen Ah, da ist er Der Cash oder was hat er? Mit dem Gegner Äh, der Typ ist nicht lang gegangen, der wohlen so Hm Haut mal unten rein, genau, in das Erdgeschoss Ich kann das reinhauen, weil er kann sich vernageln Wo ist der Typ? Ich hab unseren Rücken im Osten